Der Prototyp, der rauchen wird, aber an diesem Ort nicht rauchen darf. Willst du mich verraschen? Willst du mich verraschen? Am nächsten Tag. Ich schätze, ich schätze, ich schätze, ich schätze, ich schätze. Entschuldigung. Nicht einmal ich Schi-Sharafe kaufen. Geh mal weg, Alter. Am nächsten Tag. Ich habe Zigaretten, ich habe... Zigaretten, Zigaretten, ich habe eine Zigaretten, sie ist noch ganz alter. Willst du mich ehrlich sagen? Ich dachte nicht Zigaretten, Entschuldigung. Nicht so wieder diese scheiße Zigaretten. Nicht schlafen. Am nächsten Tag. Alter Leute, es warst du gar nicht in die Mülltonne, ich konnte Schi-Sharauchen, weil dort gibt es ja kein Verbot. Okay, bis morgen. Am nächsten Tag. Schi-Sharauchen, aber das Ding verfolgt mich nicht schon wieder. Schi-Sharauchen. Ey, jetzt rückst du mich auf. Du rückst mich verdammt auf. Schi-Sharauchen. 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 Vielen Dank.